Andi, wenn der da auf den Sack geht, hab ich gesagt, mach wie clean's, Mann, ey. Zurücktreten. Alter, was war da eigentlich los, ey? Das kann doch nicht angehen. Der hat ja lange durch, wie lange war das jetzt hier vor? Mensch, Stefan Grünner jetzt da! Vollkommenes Chaos da bei den Tizi, ey. Wer übernimmt denn jetzt? Buddha? Fand die geil damals, ne? Wie der dann aufgestellt hat, bei Bayern diese Figuren und so was. Er wollte einen höheren Posten, wollte er haben, ja. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja, Mann! Der wollte auch schon mal einen höheren Posten haben. Da haben wir ihn oben auf eine Latte gesetzt, das ist ein Tor zusammengebrochen. Letzte Scheiße da. Schuld ist er. Mensch, Michael! Der Brez. Der ist nämlich, kann ich dir sagen, ey. Der tut den ganzen Verein überhaupt nicht gut, ey. Diesem ganzen Hertha, Frank Zander kann. Hier kommt Kurs. Hier ohne Helm und ohne Kurs. Mö! Mann! Das Sportbild hat getitelt, clean's man bleibt wenn. Vielleicht wissen die auch mehr wie wir. Mensch! Rüber da jetzt! Ja! 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 Ja!